Mein größtes Spiel war das letzte Saisonspiel gegen Sandhausen. Aus dem einfachen Grund, weil ich das Tor geschossen habe Richtung Aufstieg und die Stimmung super war und gegen die 1. Liga aufgestiegen sind. Das Geduld meiner Jugend ist mein Vater, weil er mich auf sportlicher und persönlicher Ebene sehr weitergebracht hat. Das Glück ist für mich, wenn meine Familie gesund ist und wir alle beisammen sind. Mein Lieblingsfilm ist Big Daddy. Put it down on me von 50 Cent. Meine Lieblingsspeise ist Sauerbraten mit Knödel und Rotkohl. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil ich relativ früh die Hoffnung hatte, Fußballprofessionelle.